Guten Tag, mein Name ist Frank Oberfichler. Wir sind hier im City Palais in Duisburg, im Herzen Duisburgs auf der Königstraße 39. Und hier, wo jetzt noch nicht viel zu sehen ist, wird am 5. und 6. April die Vivare Gesundheitsmesse stattfinden. Wir haben eine Menge interessante Aussteller, wir haben interessante Vorträge, wir haben tolle Vorführungen, Fitness, Kampfsport etc., musikalische Vorführungen. Und alles das möchten wir Ihnen gerne zeigen. Und es würde mich freuen, wenn Sie zu uns kommen. 5. und 6. April, City Palais, Vivare Gesundheitsmesse. Danke. Bis zum nächsten Mal.